Das spannende Unentschieden zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Ersten. FC Köln entfachte die Leidenschaft der Fans und löste nach dem Schlusspfiff eine Welle eingehender Analysen aus. Robin Hack, die zentrale Figur dieses denkwürdigen Aufeinandertreffens, öffnete sein Herz, um seine Emotionen über das Ergebnis und die Leistung seines Teams mitzuteilen. Es ist wirklich belastend, den Spielstand umgekehrt zu haben und am Ende ein Unentschieden zu erleiden, sagte Hack. Der Spieler drückte seine Frustration über den Ausgang des Spiels aus, insbesondere nachdem er das Tor erzielt hatte, das Borussia in Führung brachte. Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich den Ball zum 3 zu 2 ins Netz schoss. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so emotional gewesen zu sein, als ich ein Tor gefeiert habe, gestand er. Hack dachte über die Schlüsselmomente des Spiels nach und betonte den enormen Druck der Mannschaft auf der Suche nach weiteren Toren. Ich habe gehofft, dass wir die Führung halten können, aber ich denke, dass wir uns am Ende zu sehr unter Druck gesetzt haben, um den Punktestand zu erhöhen, bemerkte der Spieler. Auch beim Ausgleichstreffer würdigte er die Verdienste des Gegners. Der Kölner hat eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, als er den Treffer zum 3 zu 3 Ausgleich erzielte. Trotz der Enttäuschung über den Ausgang des Spiels versäumte der Spieler nicht, die Bedeutung des Gewinns von mindestens einem Punkt in einem so harten Klassiker hervorzuheben. Natürlich hätten wir den Klassiker gerne gewonnen, aber angesichts des Spielverlaufs ist ein Punkt schon wertvoll, so Hack abschließend. Jetzt sind unsere begeisterten Fans an der Reihe, sich zu Wort zu melden. Welchen Eindruck hatten sie von der Leistung der Borussia und dem Unentschieden im Derby gegen Köln? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und unterstützen Sie unsere Spieler weiterhin auf der Suche nach neuen Siegen und Erfolgen. Freunde, ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus! Dank im Wohaus! Dank im Wohaus! Dank im Wohaus!